Superleichte Zeichnungen Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Superleichte Zeichnungen. Heute werden wir Pocoyo zeichnen, wie er Lula den Hund badet. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Lasst uns Pocoyo zeichnen. Ich zeichne seine Augen, seine kleine Nase und seinen lächelnden Mund. Dann die Form seines Kopfes. Er trägt einen Hut und eine Superhelden-Augenmaske. Ich habe seinen Körper gezeichnet und seine Arme. In seine Hände habe ich eine große Bürste gezeichnet. Auf seiner Brust habe ich ein Abzeichen wie für Superhelden gezeichnet. Aber ich habe ein Buchstaben P gezeichnet, da er Pocoyo ist. Er hat einen langen Umhang auf dem Rücken. Ich habe ein Bein von ihm gezeichnet. Neben ihm male ich eine Badewanne. Nun zeichnen wir Lula, den kleinen Hund, hinein. Ich habe ihre Augen gezeichnet und ihre Nase. Hihi! Lula mag überhaupt kein Baden. Ich zeichne ihre beiden Ohren und dann ihren Körper. Großartig! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Ich werde Pocoyos Haut mit diesem cremefarbenen Marker färben. Hellrot für seinen Mund. Für die Augenmaske verwende ich Rot. Sein Outfit ist blau, also werde ich seine Kleidung mit diesem blauen Marker einfärben. Ich benutze Pink für den Griff der Bürste und Creme für die Bürste selbst. Das Logo male ich mit Rot, Gelb und Grün. Die Badewanne färbe ich Minzgrün. Und hellblau. Lasst uns Lula einfärben. Ich färbe Lulas Haut mit diesem hellbraunen Marker. Und für ihre Ohren benutze ich diesen Marker. Aquablau für den Boden. Großartig! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.